Gut, der Umriss wäre dann mal fertig. Ja, sehr weit sind wir gekommen in Folge 4. Willkommen in Folge 5. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, weil ich denke, wir machen hier einfach so... So ein großes Fenster. Das war schon irgendwie blöd. Hm. Wir sind mit dem Umriss noch nicht fertig. Weil, wisst ihr was geil wäre? Das habe ich vorher jetzt nicht bedacht. Wenn das Fenster so wäre. Aber das sieht hier dann scherz aus. Das heißt, wir müssen eins rausrücken. Okay, machen wir. Kein Problem. Ist ja nicht irgendwie so doppelter Zeitaufwand, wenn wir es hier auch noch machen müssen. Ne, ne, passt schon. Passiert. Machen wir doch, glaube ich, in echt auch so, oder? Wenn eine Wand falsch ist, einfach wieder abreißen und neu bauen. Ist doch überhaupt nicht viel teurer oder so. Also, in unserem Fall jetzt sowieso nicht, aber ja, egal. Gut. Ich spüre irgendwie so ein Kitzeln in meiner Nase. Das bedeutet, dass ich in nächster Zeit mal kurz niesen könnte. Also, müssen, könnte, tut. Toten, tut, tuten. Okay. Gut. Dann diese Wand natürlich auch. Das ist ja kein Problem. Was haltet ihr eigentlich davon? Soll ich dieses Jahr Also, eigentlich hätte ich eh voll wenig Zeit noch mehr Nochmal ein Geburtstagslied für den komischen Reatszonen machen? Ich meine, er hat mir dieses Jahr Kanz gemacht. Ich bin ein bisschen überfragt. Soll ich? Soll ich nicht? Nächste Folge. Habe ich Bock? Habe ich nicht. Mal sehen. Irgendwie will ich ja und irgendwie auch wieder nicht. Ich meine, es ist ja immerhin noch immer meine Geduld. Es ist immerhin noch immer. Ah, geil. So, warte. Achso, das stimmt ja eh. Okay. Gut, gut. Passt schon. Boah, diese Bäume. Da auch nochmal so hoch. Hier wäre es natürlich auch nicht schlecht. Wir müssen mal sehen, ob ich überhaupt noch bauen kann. Das ist jetzt so mein Selbsttest. Ja. Ich mache einen Selbsttest in Minecraft. Egal. So. Gut. Dann müssten wir hier, glaube ich, so machen und so. Ja, das sieht doch fabelhaft aus. Also, um mich jetzt selbst mal zu verteidigen. Ja. Das ist noch nicht die Endfassade. Da kommt noch einiges. Ja. Wirklich. Nee, wirklich. Ohne Scheiß. Wirklich. Wir müssen jetzt halt überlegen, äh, welchen Boach Passt schon. Wir werden diesen Boden hier verlegen. Äh, dieses Holz. Egal. Und dann geht es auch schon in das erste Stockwerk. Oh. So. Gut. Es ist übrigens, äh, dieses Jahr Premiere, äh, Ja, toll. Dass ich es mal nicht geschafft habe, generell überhaupt ein Video hier beim Adventspecial nicht zu bringen. Also, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, einmal mit dem Handy, glaube ich, so ein kurzes Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, ja, die eine Folge fällt aus, weil ich irgendwie, keine Ahnung, hatte ich keine Zeit, irgendwie so war das, ähm, aber das habe ich als Folge erzählen lassen. Jetzt kam allerdings, äh, warte, am 3. Dezember das letzte Video, heute ist es 6. Ja. War ich jetzt, bin ich jetzt richtig? Äh, bei euch ist der 7. halbte. Sorry. Sorry. Tut mir leid. Bei mir ist der 6. Also, 3 Tage kein Video. So, wo war ich jetzt? Genau, Treppen machen. Wir machen mal nicht so viele, das wird wahrscheinlich eh wieder so eine Doppeltreppe Ding. Aber, ich will es jetzt eigentlich nur haben, dass ich rauf kann. chill mal kurz. Bin hier, warte, ich muss kurz überlegen. Dann muss ich hier rüber, damit ich das so machen kann und nee, doch. ja doch. Eigentlich. Ja, ich rede mit mir selbst. Wenn, ja doch. Ich müsste ja eigentlich nur, also hier, würde der Boden sein. Genauso dann hier. Wo bleibt dann bitte Platz für eine Treppe? Hm. Ja, wir machen das einfach radikal, würde ich sagen. Ja, geht sich sogar genau aus. Eine wunderbare Treppe. Gut. dann verlegen wir mal oben den Boden. Das wird noch alles viel hübscher werden. Vertraut mir. Wirklich. Ich muss jedes Jahr in diesem Adventspecial irgendwas bauen. Das habe ich irgendwie selbst beschlossen. das muss einfach so sein. Das ist Pflicht. Ja. Ja, genau. Und runterfallen, das ist natürlich nicht meine Pflicht. so. Gut. Ich habe mal so ein ähnliches Haus gebaut wie jetzt. Allerdings, ich bin nämlich gerade am überlegen, da war dann die Wand hier. Dann ging die Fassade sozusagen um einen Block nach innen. Weil hier kommt ja nochmal eine Reihe außer rum. Jetzt bin ich noch mal überlegen, ob ich das jetzt auch machen soll. Ne. Ja doch. Wisst ihr was? Ich überlege mir das jetzt noch und fange einfach mal rundherum mit der äußeren Fassade an, also unten und dann sehen wir mal, wie das aussieht und da ist ein Creeper. Ja, und ich würde es mal sagen, bevor wir das machen, gehen wir kurz schlafen. Ja.